Nicht schon wieder, was denn? Ich hab in meiner Nähe keinen GameStop, hab ich auch nicht. Okay, da gibt ja immer 3, auch nicht schlecht. Starter Soft Reset, achso, joa, es ist nur der Anfang und dann in der Wiese, bisschen Schein gekommen. Aller Anfang ist halt schwer. Da ist es, hab's, shiny hype, Leute, 1203, shiny feurige, das ging ja schon wieder richtig schnell. Ich wollte gerade sagen, seit Bones kein Starter mehr besettet. Da ist es, Leute, zweiter Tag, geile Scheiße, ich hab's, schalalalala, oh mein Gott, shiny feurige, Leute, shiny hype! Boah, gestern shiny Registil, äh, Soft Resetet, gestern shiny Trattini, heute shiny feurige. Was ist denn da los, ey? Meine Fresse! Meine Fresse! Mega gut! In dem Ball steckt das Feuer-Pokémon-Feurige! In Solsilver-Shiny-Story! Shiny hype, Leute! Shiny hype! Mega gut, ey! What the fuck! Ich glaub, ich spritz ins Essen! WTF! Das sag ich irgendwie bei jedem Shiny, oder? Ich sag, glaub ich, bei jedem Shiny spritz ins Essen! Ich wiss auch nicht, warum. Es ist da, Leute! Es ist da! Ja, geil! Dann kann man ja mal sagen, das ging schnell, oder? Bei einer, bei einer 3 zu 8000er Chance? Bei 1200? Doch, ich würd sagen, das ging schnell! Das ging auf jeden Fall schnell! Das ging schon mal schneller als bei Sakadi! Okay! Nice! Nice! Vollriegel also! Okay! So, dann will ich das natürlich auch! Ich will Vollriegel! Berühre den Ball! Okay, ich berühre den Ball! Und so sieht's aus, wenn's Shiny hinter einem läuft! Das ist nämlich das Geile! Bei, ähm, bei Solsilver! Ich geb keinen Spitznamen, ne! Ähm, muss man ja nicht! Ich mach das nicht! Dann, dann seh die Shiny sogar hinter dir! Shiny! Das ist total cool! Weil die Pokémon laufen ja mit dir mit! Und ja! Der läuft auch in Shiny mit mir mit! Das ist richtig gut! Okay! Daumen hoch dafür, Leute! Daumen hoch dafür! Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch!